Die Verwaltung Das ist ein elektrisches System in allen Ehren, aber schließlich kann dir auch mal ein Kurzschluss vorkommen. Im Grunde sind wir doch immer auf menschliche Leistungen angewiesen. Donner-Keil immer noch gesetzt. Und deswegen bin ich der Ansicht, es müssen fünf neue Blockstellen her, ja? Ich habe den Plan ganz genau ausgearbeitet. Nehmen wir doch mal die Strecke Berlin-Köbenig, Berlin-Spandau, Berlin-Stahnsdorf. Was kann denn das schon kosten, wenn... Zum Donnerwetter, was scheißt denn hier so lange? Haben Sie Ideen? Jawohl, Herr Hauptmann. Dann werden Sie doch gelernt haben, sich zu beherrschen. Dienstmann, nehmen Sie das Paket heraus, bringen das Hauptgepäck aufbewahrung. Ich gehe in Wallesalt weiter. So, jetzt können Sie austreten. Das nächste Mal nehmen Sie sich ein bisschen zusammen. Freuen.